Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zephyrus in VR. Ja, länger ist das mal wieder für mich her, aber jetzt ist es mal wieder dann Mittwoch, Mittwoch und übermorgen kommt die neue Folge raus. Das bedeutet, heute muss ich so oder so ran, beziehungsweise morgen. Oh, das flackert schon wieder wie Sau. Ich habe jetzt wieder Augen zu. Okay, ist er geraubt? Ne, kriege ich noch nicht. Jetzt bin ich da. Oh Gott. Uiuiui. Ist immer komisch, hier reinzukommen. Bist du... Oh Gott. Oh, okay. Okay. Zuletzt haben wir ja hier die wunderschönen Bäumchen... Äh, Quatsch. Nicht Bäumchen, ähm... Brücke. Gebaut. Und zwar schon eigentlich ziemlich schön weit. Huch. Oh, Timer starten. Mist. Natürlich mal wieder schön vergessen. Na los. So. Na, Knopf will auch nicht mehr lang. Ich habe das Gefühl, nach jedem Neustart... ...wachsen die Bäume immer so. Also während des Spielens habe ich das Gefühl... ...da passiert nichts. ...oder wenig. Halt was für wegen Essen, Trinken, Extra-Korn. Ne, brauche ich nicht. Okay, super. Stimmt, zuletzt hat man das Plateau gebaut. Das da, da wo die Stöcker, Stiggis, Steine... ...äh... ...reinkommen. ...k... 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 ...oh, und sogar ein... ...Futterspender... ...haben wir hier. Sehr schön. Wir haben jetzt... ...moment... ...tragen. Ach, ich bin voll. Geil. Oh, herrlich. Da unten läuft zwar wieder einer, aber... ...jetzt gerade nicht benötigt... ...das Inventar schnell aufs Fall? Ja, weiß ich doch. Überlebensanwalt. Als ob ich das noch nie gespielt hätte? Okay. Okay. Oh. 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 Okay. Es leckt gerade irgendwie... ...gefühlt... ...Glück gehabt. Jetzt gerade die Frage... ...wird es gerade ernsthaft dunkel? Ich glaube... ...ja. Doch, tatsächlich. Äh, Hase. Ich hab dich ganz kurz nur gesehen. Dann warst du schon... ...so gut wie weg. Und das was? Oh. ...ne, hey. Und das Feuerzeug spielt da an. Super. Ja, gut. Nicht mehr dran gedacht. Anscheinend bin ich... ...zurück gegangen, um zu schlafen. Spring. Gott. Ich hoffe, dass ich gleich auch wieder... ...gut volles Leben hab. Nach dem Schlafen. Weil ich weiß grad gar nicht. ...huch. Puh. Los. Äh. Bringt zwar noch nix, aber... Na komm. Ne, da. Okay. Super. Haben wir geschlafen. Müssen wir natürlich essen und trinken. Ach, jetzt. Mein Leben ist leider nicht voll gegangen. Getrocknet. Getrocknet. Essen. Ja. So will man besser. Ist natürlich trotzdem ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt so viel Leben durchs Sinnlose, sag ich so wie es ist, runterspringen verloren habe. Aber man konnte auch irgendwie nicht mit diesen Pflanzen, sondern mit den Orangenen könnte man auf jeden Fall Ich hab's nicht getroffen. Ernsthaft? Oh Gott. Ich dachte du... Okay, das Drehen, das funktioniert nicht so ganz. Schade. Schade. Wie gesagt, Rüstung ist immer gut. War nicht gut. Okay. Was jetzt interessant wäre, wir sind jetzt eigentlich seit was weiß ich wie viel Folgen immer nur hier und gehen nicht mehr so richtig woanders hin. In Höhlen und sowas, wie gesagt, da möchte ich mich noch ein bisschen zurückhalten. Oh Gott. Alter, was ist denn los? Warum legt denn das so übertrieben? Habe ich übertakten an? Ja, also... Ja, genau. Ich hab grad auf den Bildschirm geguckt, aber übertaktet... Also übertaktet ist alles. Der CPU nicht mehr. Was? Was? CPU, CPU da unten. Nee, eigentlich, da ist bei knapp 50 plus minus 5 Prozent. Daran kann's auch nicht liegen. Keine Ahnung. Sorry. Okay. Heute gehen wir mal auf Erkundungstour. So. Ich weiß auch schon, wo wir hin. Ich mein, klar, die Karte kenne ich immer noch. Ziemlich gut. Gehen jetzt erstmal in das Spoiler. Am besten vielleicht zehn Sekunden Vorsprung, falls du das noch nicht wirst. Ah, na gut, so weit wie das Spiel ist. Wir gehen jetzt erstmal in das Dorf von den Eingeborenen. Eingeborenen. Guck mal nach, ob's da irgendwas zu holen gibt. Na doch, die Karte hat sich doch schon ein Stück verändert. Süß. Wir haben Pfeil und Bogen. Alter, das leckt ja wie Sau. Keine Ahnung, was das ist. Richtig unangenehm gerade irgendwie. Oh. Okay. Miss Survival zum Beispiel habe ich auch lange relativ viel gespielt. Hat ein unheimlich großes Update bekommen von, ich glaube, knappe 30 GB plus minus. und da bin ich auch schon wieder in Versuchung, das nochmal zu spielen. Die haben die Karte neu gemacht oder bin ich jetzt hier ein bisschen falsch? Ne, bin ich nicht. Oh Gott, das liegt, ey. Und hier konnte man damals hoch. Ach, du Scheiße. Ah, diese Aussage war sehr, sehr doof. Doch, tatsächlich. Ah. Oh. Hat schon geklappt. Oh, rote Farbe. Und eine Waffe. Oh, eine Waffe. Oh, sogar beidseitig bemalt. Respekt. So, jetzt werden wir nicht mehr angegriffen. Na gut, das ist gut, klar, das weiß man auch irgendwann halt, wenn man lange, lange, lange spielt. Oh. Kann natürlich sein. Ne. Keine Ahnung, irgendwas hat da gerade ganz komisch geblinkt, geleuchtet. Da sind welche. Normalerweise sind die rot. Normalerweise tun die uns nichts. Ich kann immer noch rennen. Oh. Geil. Wir dürfen den, glaube ich, nur nicht den Rücken zukehren, zuwenden. Kuss ist, oh, ist auch ne. Hmm. 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 Alter, diese Taste drücken, ey. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Weil die sind... Kann ich zeigen? Ja, jetzt seht ihr die weglaufen. Ihr auch? Ihr auch? Oh, bitte, 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 bitte. Oh, ich bin gar nicht mehr gehockt. Okay, Spriddi ist voll. Okay, komm, jetzt riskieren wir es mal ganz kurz hier durch zu laufen. Oh. Ich bin rot. Ich bin rot. Übrigens, ich halte die Taste permanent gedrückt. Ich weiß nicht, warum er immer wieder aufsteht. ja. Ich hänge in der Frau. Du! Knie nieder. Ich bin rot. Genau. 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 Oh, oh. Bitte, bitte. Ich bin rot. 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 Du wirfst nicht den Ball. Der wirft den Ball. Oh mein Gott. Ich habe gleich keine Ausdauer mehr. Fuck. Ich fall gleich runter. Tschü-tü-lü. Fuck. Ich bin rot. Ich bin rot. Kacke. Puh. Das waren jetzt, ne, habt ihr gesehen, ein paar viele. Aber gut. Das rote bringt. Scheinbar nicht. Alles. Also, das ist einfach. Okay. 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 Also, den God-Mode gibt es wahrscheinlich dann doch nicht. Mir bin sogar drunter gefallen. Okay. Aber was haben wir denn jetzt so an Ausbeute? Machen wir hier mal über Wasser. Sehr viel Dynamit. Gut. Klar, Solarflaschen sind auch voll. Äh, Treibstoffkanister sind auch voll. Fünf Stück. Geil, wir wurden gar nicht getroffen. Äh, sonst. Sehr gut ein Bild. Ja. Die Sonne ist noch recht oben. Ich weiß ja nicht, inwiefern die die spawnen. Vielleicht haben wir jetzt Glück, wenn wir nochmal hingehen, dass die jetzt noch nicht da sind. Oder weggelaufen sind tatsächlich sogar. Weil ich weiß nicht, ob es da eine Kettensäge gibt. Oder was ist das vielleicht eine bessere Achse oder sowas? Keine Ahnung. Kann ja auch sein. Dass es die da gibt. Okay. Wir kraxeln jetzt hier mal ganz sachte hoch. Da. Duck dich, duck dich, duck dich, duck dich, bitte. Bleib ged... Okay. Das mit so einem ducken, keine Ahnung, warum das mit der Taste nicht funktioniert. Ich halte sie gedrückt. Die klickt auch. Hier. Ja. Okay, beim Rennen will ich nicht sagen. Kann vielleicht sein, dass es da nicht geht. Oder geht das? Keine Ahnung. Ja, hier, ich... Ich weiß nicht. Nee, funktioniert nicht. Nee. Ach gut, keine Ahnung, warum das ducken nicht funktioniert. Vielleicht ist die Taste sogar kaputt. Keine Ahnung. Wäre natürlich schon ein bisschen schade. Aber na gut. Dann laufen wir wieder zurück zu unserem Flugzeug. Oh, da sind sie gesporen. Okay. Okay. Schlecht. Sehr schlecht. Oh mein Gott. Ich bin rot. Oh. Okay. Ey, diese Ausdauer. Ein Liebespieler-Macher, ne? Erhöht hier um das Doppelte. Mini, mini, mini mal. Was meinst du, wie jetzt hier der Adrenalin-Pegel von diesem Typen hier wäre? Ist... Na, Hass-Fleisch-Fleisch-Hass-Nutzer-Hacker. Hui! Folgen die mir jetzt im... Netten? Oh! Das Army. Alter, da sind hier viele. Holy moly. Da rückt's. Ich überlege gerade. Wir müssen da irgendwie hinkommen. Sicherer hinkommen. Zu dem... Hau... Ähm... Zu dem... Na... Dorf, nenn ich's jetzt einfach mal. Zu dem Dorf müssen wir irgendwie sicherer hinkommen. Aber mit Hängebrücke und sowas, das wär zu krank. Das wär wirklich zu heftig. Ich glaub, das bringt kein Leben, ne? Tatsächlich bringt die Ernsthaft kein Leben. Ist das dumm. Okay, wie sieht's aus? Okay, recht leer. Also leer, halt. Leer. Auch leer. Okay. Oh, du bist... Recht voll... Ach, man sieht da nicht, wie viel man aufsammelt und sowas. Das stört mich noch ehrlich gesagt. Ziemlich. Okay. Aber wie gesagt, wir waren jetzt beim Dorf. Ist nicht so toll gelaufen. Jetzt brauchen wir hier wieder... ...ein Schrank. Dreh, 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 dreh. Baumstämme waren das. Ui. Okay. Acht Stück. Muss ja mal ein bisschen öfter Hut sein, weil die draußen waren ja... ...tatsächlich doch ein paar mehr. Ich hätt so gerne die größere... ...die bessere Axt. Die... ...ähm... ...die Feuerwehr-Axt da. Halt, 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 halt. Jetzt hat sich ja hier irgendwie bei den Einstellungen was geändert. Ähm... Ne, hä? Gameplay? Ist aus, okay. Das anscheinend war nicht. Das heißt, wenn's hier reinfällt, geht nix kaputt. Daumen drücken. Hier hinter liegst du. Hier hinter hast du dich versteckt, ja? So, noch einen Vierer brauche ich. Nimm ich dich hier. Ich finde es geil, wie schnell die nachwachsen. Finde ich cool. Wie gesagt, wenn ich angegriffen werde. Nach links oder nach rechts fortlaufen. Dann, gerade. So. Armfritze. Der macht auch schon ordentlichen Damage. Das muss ja nicht sein, ne? Sehr schön. Ne, 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 ne. Oh. 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 Mist. Okay. Jetzt zeige ich euch, was ich eigentlich machen wollte. Da ist es. Super. Äh, äh. W-w-w-w-Win dir? Okay, das ist ein Ding, 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 oder? What? Es kann nötig sein. Na gut, acht Sticks und ein Baumstamm. Den einen holen wir natürlich dann von hinten. Die Stickies, da werde ich noch mal kurz rumgehen. Wie gesagt, das was hier im Lager ist, das ist ja eher so für Notfälle, falls mal irgendwie hier draußen wirklich alles voll ist, mit den Eingeborenen kann ich mich hier immer noch so ein bisschen schützen. Äh, Quatsch, was heißt schützen? Weiterbauen oder whatever so was machen, so Kleinigkeiten machen. So, vier habe ich schon mal. Fünf. Bisschen auch rumgucken, ne? Fünf. Na ja, komm. Sechs, sieben. Acht. Neun. Schön. Bist du hier ganz alleine? Hoffentlich auch wohl. Hoffentlich auch wohl. Okay. Alter, bleib gebückt. Okay, äh, rotieren. Stimmt ja. Ist ja grad völlig hier reingeflogen. Keine Ahnung. Es wurde grad auf jeden Fall unheimlich dunkel. Aber wirklich wie so ein Fingerschlipsen grad. So dunkel war es grad auf einmal. Und wie ganz merkwürdig. Äh. Ja. Oh, du bist fast voll. Oh, du bist fast voll. Und in den Sticky Behälter da drüben passen nur 20 rein, gefühlt. Ich denke mal, das werden 40 sein. Aber das Ding ist leer. Wenn man hier reinguckt, das ist leer. Naja. Genau wie das hier. Ja, gut. Okay. Ja. Ja. Schwierig. Daher, wenn man die so nebeneinander packt, könnte man ja so gesehen sagen, das ist einer. Den mittleren könnte man ja vollknallen bis oben hin zum Beispiel. Ach. Schwierig. Alla gut. Speichern. Augen zu. Wegen Flacker, Flacker, Flack. Das ging schnell. Okay. Neuer Tag. Neues Hunger. Neuer Hunger. Neues Hunger. Okay. Na. Äh. Getrocknet. Essbar. 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 Ich bin blutüberströmt. Ich wasche mich. Super. Bin wieder glänzend rein. Und. Ich bin bereit. Ich laufe mal ne kleine Runde in die Richtung. Und. Gucken. Was war so finden auf dem Weg? Äh. Dich krieg ich nicht, oder? Ich darf jetzt nicht die Orientierung verlieren. Dich. Dich. Oh, jah. 시ffers. Dich. Hier ist ein kleiner Fluss. Wir wollen doch nicht angeln. Aber gut. Um ehrlich zu sein, wozu? Oh. Das weiß ich nicht. Bambi, Bambi, Bambi. Wenn ich dich kriege, okay. Wenn nicht, dann lasse ich dich. Okay. Ah, wir sind hier. Ah, wir sind hier. Also, ja. Huch. Fisch ist gerade gespawnt. Ich glaube, auf diesen Hochdingern war nix drauf. Okay. Hoch. Gut. Trotzdem mal kurz hoch. Mal gucken. Nee. Oh Gott, ist das unangenehm gewesen. Ich hätte da oben zu machen sollen. Okay. Hier ist irgendwo ein Höhleneingang hier links. Und hier rechts sind auch noch mal kleine Häuser. Ach, da ist er, genau. Und hier rechts sind so kleine Häuser. Nochmal. Oh. Kiegel mal. Batterien. Oh ja. Auch gar nicht mehr dran gedacht. Es gibt ja noch eine T-Lam. Was ist mit dir passiert? Hä? Weiß ich nicht. Unser. Da. Oh Gott. Warte. Ich hoffe, rechtes Auge war richtig. Wenn linkes Auge, dann da. Direkt in der Mitte vom... Also, war mal da. Am sch... Äh. Äh. Na. Wie heißt du? Axt. An dieser Axtspitze hier. An der da. Piep, piep, piep. Wollen wir mal eine Höhle... Nee. Nee. Noch nicht. Das... Mach ich noch. Wäre natürlich cool zu wissen. In welcher Höhle wir vielleicht als nächstes müssten. Um gegebenenfalls... Ähm. Die Axt. Taschenlampe. Oder so zu finden. Dass wir halt erstmal so ein Ziel haben. Weil das weiß ich nicht. Also in den Höhlen kenne ich mich... Jedenfalls... So gut wie gar nicht aus. Ich weiß nur, um in das Loch... Vielleicht. Wenn nicht, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren schenken. Wenn ich mich nicht irre. Ist... Ist das die Höhle, um in das Loch zu kommen? Bin ich mir recht sicher. Nicht ganz, aber recht sicher. Stark sicher. Gibt es hier eigentlich noch diese Motherboards? Mainboards? Mutterbretter? Ja. Die gibt es noch. Habe ich bislang auch noch gar keinen gehabt. Und jetzt... Die ersten zwei. Für Zeitbomben. Dinger da. Okay. Oh. Schoki. Habe ich noch... Ich habe noch ein Stück Grünpanzer. Dann lasse ich euch... In Ruhe. Selbstverständlich. Einfach hier... Schildkrötchen... Mitmachen. Muss ja nicht sein. Ach, die Passagierliste. Achso. Ich wollte gerade sagen, unter Wasser leuchtet ja kein... Naja. Nix. Oh, mehr kann ich nicht mitnehmen. Kann ich irgendwas umbauen? Wie ging das? Wieso? Wieso? So. Definitiv. 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 Weiß ich nicht. Da. Sprengstoff. Sprengstoff. Ach. Einfach mal nach oben gucken. Münzen. Ich habe keine Münzen. Fuck. Das steht ja da. Ich habe da nie hingeguckt. Oh. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja dolle Ärgerlich. Weht hier. Unter Wasser. Oh Gott. Äh. Oh Gott. Alter. Gab es auch noch einen Container? Komm schon. Ah. Wo einfach nichts drin ist. Okay. Ich dachte, in dem war was drin. Ich glaube, in zweit... Gott. Ey. Ist das unangenehm. Alter. Ist das unangenehm. Ich hasse es auch, tatsächlich unter Wasser zu sein. Also real. Ich kann das überhaupt nicht ab. Überhaupt nicht. Ich wollte... Also tauchen und sowas macht mir unheimlich viel Spaß und schnorcheln und sowas, aber... Ich kann es leider absolut nicht. Also... Ich weiß, dass mir Schnorcheln Spaß macht, weil ich es halt damals konnte. Sollte ich vielleicht noch mal dazusorgen... Sollte ich vielleicht noch mal dazusorgen. Ich habe zwölf Nachrichten. Was geht denn jetzt? Oh. Höppichen. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut... Du? Ach. Du? da ist ein woher sie sitzt da so richtig so 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 was ist denn jetzt los und die sind definitiv im gott gespawnt weil die waren ja eben gerade noch nicht da natürlich okay ich glaube der holt seine brasas hier also überall auf die uhr gucken ich habe hunger ist gerade nicht so toll wie stickies habe ich vier verdammt ich habe nämlich schon fast gesagt ich baue hier nochmal ein sticky lager auf so ein kleines bitte was ist denn da es ist hoch ich glaube genauso hoch wie das andere und es ist nichts oder schlafen es war sehr 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 dumm ich habe gerade ein bisschen angst vor der nacht hier weißt du was ich baue da drüben jetzt mal ganz fix so ein kleines schlaflager auf muss ich nur ganz kurz ach so brauche ich gar nicht überlegen ich kann ja gucken 14 stickies okay alles klar steine brauche ich auch massig es liegt immer noch so richtig unangenehm da drüben werde ich natürlich ein bisschen mehr dann aufbauen weil wir wollen ja nicht nur an einem standort oh gott bleiben was das heißt ich hoffe die vier können jetzt nicht schwimmen oder wie damals unter der erde lang laufen oh gott bin ich auf dem wasser langsam da kommt eine große welle das ist unangenehm was passiert wenn ich jetzt aufstehe das brauche ich jetzt nach unten oh ja ich muss mich wieder hinsetzen oh mein gott ich wäre fast hingefallen na los land land okay geil wo so zu allererst kleines dingsi na zu weit gedreht so zack oh gott warum kann ich nicht gedrückt halten super speichern ganz ganz wichtig falsch jetzt brauche ich ein trockengestell äh in groß okay dann brauche ich gegebenenfalls einen Wassersammler sollte hier immer diese Basics müssen ja auf jeden Fall immer gegeben sein dreh dich hey was ist denn jetzt los okay das heißt ich brauche sechs stickies das heißt schnell rüber naja schnell in Anführungsstrichen Mist ich hätte mal schnell das Lagerfeuer bauen sollen ganz doof jetzt Ausdauerchen ich meine wir haben immer noch Bären dabei also alles gut 6 von 6 hab ich ein 7 gebraucht keine Ahnung I'm so sorry aber ich brauche leider das dein Fleisch Mist hier okay 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 sonst habe ich hier nichts dabei Feuer 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 schon richtig hier wenn 1 2 3 4 5 3 stickies brauche ich noch das Fleisch ist wahrscheinlich schon die Spawns unter Wasser bin ich schneller keine Ahnung ne da liegt es noch geil schön okay sorry ne doch nicht bleibst stehen Gott ist das brutal irgendwie weiß ich nicht ich habe Hunger ich werde da sowieso gleich erstmal das Lagerfeuer anmachen auf jeden Fall ich mache mir tatsächlich gerade mehr Sorgen um trinken weil ich glaube ich habe meinen Topf gar nicht dabei aber gut das sehe ich ja gleich ne ich bin nicht schneller okay naja die Ausdauer ist da sowieso jetzt gerade A auf K ich hoffe das ist noch regnet ich hoffe so sehr dass es noch regnet okay ich baue nochmal ups ein trockengestell auf jeden Fall hier nebenauf okay äh ich werde das unten gerne anzünden jetzt aber gut mir bleibt da eigentlich nichts anderes übrig also los okay äh darüber will ich unbedingt weil das ist ein Schiffswrack wer weiß was man da findet das kenne ich noch nicht das kenne ich noch absolut doch nicht ja gut das Vögelchen ich glaube nicht dass das so viel bringt ne ne scheiße schade schade und sehr dolle Mist vor allem sehr dolle Mist weil ich brauche ja trotzdem noch blau am Meer das andere ist oh Gott kann ich nicht erkennen ich denke mal gelb also Standard halt das müsste ich theoretisch weiß machen aber keine Ahnung wie siehst du eigentlich aus trinken okay ich könnte es trinken aber ich kann es komischerweise doch ist das Wasser drin okay cool dann sind wir für diese Nacht auf jeden Fall äh safe ich kann aber noch nicht schlafen ja unsere ganzen Trocken-Gestelle sind alle voll ich werde ach hab ich doch im Grad hab ich doch im Grad im Grad überlegen da rüber zu schwimmen aber boah ich hab das ein bisschen zu weit ne von weil man ja so langsam ist das ist halt das doofe boah ist trotzdem okay 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 und es ist dunkel die Taschlampe denkt das Feuerzeug denkt ja auch so why oh Gott ist das unangenehm ach boah ich hab gleich gar nicht so hoch halten ne kurze Dippen ins Wasser ist nicht schlimm falls jetzt ein Hai kommt würde ich trotzdem neu laden du sag mal komm ich komm ich noch voran ne ne das Boot wenn das despawn ist lade ich auch neu das muss doch nicht sein da war ein Boot das habt ihr gesehen oh Gott das Gefühl das ist tatsächlich nicht mehr da aus das ist wirklich nicht mehr WTF sorry aber wie dämlich ist das denn boah es ist wirklich nicht mehr da okay es kann sein weil es dunkel ist das ist gerade einfach absolut nicht erkenne oder dahinter doch ich glaube da ist es doch ich glaube na los mach die Flamme an da ist es halt so boah was ist eine kranke Nachwanderung hier oh Schülkröte sorry da ist es doch okay boah es hat jetzt aber gedauert huch nee Trophäe brauche ich nicht wenn jetzt hier nix ist hier ist wirklich nichts oh verdammt mir wird kalt das ist das 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 ist schlecht das ist sehr schlecht oh verdammt das ist sehr schlecht oh verflucht äh jetzt ist halt das große Problem ich weiß nicht ob ich es zurück schaffe zwölf Stöcker bleibt einfach gedruckt bitte bitte er bleibt nicht gedruckt er bleibt nicht gedruckt oh Gott sei Dank das verstehe ich absolut nicht warum er nicht gedruckt bleibt also das verstehe ich überhaupt nicht kann ich auch nicht so richtig so richtig gut gut gutheißen oh oh ich glaube das wird dann oh mein oh das ist gut das ist sogar sehr gut nur los nur los nur los schnell schnell da so was ist überall wichtig egal wo man auf der karte ist das und das ist das wichtigste ich weiß es leider nicht ich hänge das war gut ich hoffe jetzt sehr stark dass ich hier nicht gott die richtung sieht schön schnell aus aber ich glaube das ist es ja trotzdem nicht und ab jetzt daraus wieder verdammt ich habe ein bisschen angst um diesen kreis um mich rum ist das für ein sauberes wasser verdammt gut leben geht aber tatsächlich noch ich krieg den kreis wieder und verdammt schaff es bitte vernünftig rüber please dann schlafe ich auch ich drüben bin und klingt das wasserrad so aggressiv in anfügen strichen ich weiß auf jeden fall dass es die haie gibt aber das muss nicht sein absolut muss das nicht sein ich hätte drüben was trinken sollen das glaub ich auch wieder aufgehört zu regnen auch gott sei dank gleich war doch einmal und jedes oder schrieg ist aber meine mine kraft so ein ist ja hier macht er so so und die hände nach hinten ich hab's geschafft speichern 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 boah und schlafen das ist doch jetzt hier nicht so ein nachtding ptf ich kann nicht unten bleiben benutzen kann ich nichts reinpacken konnt ihr jetzt direkt trinken ok keine ahnung ok was das natürlich sehr 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 nervig ist ich brauche hier auf jeden fall einen richtigen unterstand das wäre schon gleich ist eine blockhütte doch wo wäre das geil oder es wäre schon es wäre schon mal sowas von hammer das problem ist äh 4 90 boah tue ich mir das tun wir uns na gut ich mir theoretisch das an was ich jetzt auf jeden fall nochmal ganz fix mache ist auf jeden fall warum steht hier nicht eine nacht warum steht das dann noch so dass das eine nacht hält gut komm das können wir dann immer nochmal machen boah du wirst jetzt eine herausforderung ok die muss ich leider immer hin und her schwimmen weil wenn ich mir jetzt hier ne Dings baue ähm ne Brücke kommen die eingeborenen auch rüber dann haben die davon auch nix ok jetzt muss ich gucken wenn ich das jetzt komplett ins Wasser fallen lasse sind die weg hä hier vorne fünfer tüttülü ein Boot wäre es natürlich echt nicht verkehrt ne jetzt muss ich mal ganz ganz fix gucken was bräuchte ich denn für ein kleines Boot sieben hier war gerade so als ob ich eingeborene gehört habe ok es war zwar ein fünfer baum entweder ist schon einer wirklich ins Wasser gerollt oder irgendwie durch den Boden gefallen oder so keine ahne naja wir haben hier auf jeden fall viele sehr viele hier also warum fällst du nach da aber nach da sowieso nicht einen noch ok jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen pfff ah vorwärts rückwärts und damit drehe ich mich ok oh Gott ist das so komisch aber wie ist denn das kann ich jetzt kann ich jetzt so gesehen mitnehmen äh kann ich ich kann was anderes machen bleibst du da wo du bist versuche ich jetzt achso versuche ich jetzt mal ganz kurz mit diesen beiden nein nein ich kann die gar nicht scheibenhonig äh 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 jetzt versuche ich mal was ja jetzt habe ich ein kleines Problem und zwar bringt mir dieses Floß rein überhaupt gar nichts vielleicht ich muss mal wieder hinsetzen vielleicht bringt mir das Floß äh mit mit einem bestimmten Werkzeug was ich gerade ich nenne es jetzt mal Werkzeug hiermit vielleicht ne da komme ich ja nicht mit drauf ups zu lügen ich will es abbrechen verdammt wie kriege ich die jetzt da drüber ich kriege ich ne so auch nicht scheiße ich müsste ernsthaft ne Brücke bauen scheiße huch eigener Boden wieso ich immer mit der falschen taste hier wieso kann ich die nicht verlängern ist doch eigener Boden ach äh eigene Treppe Plattform Baumbrücke geht glaube ich ne muss schon wirklich Baum sein das war ich eigentlich nicht einfache Treppe Tischt Tischt ich will nicht wissen wie viel ich dafür brauche hab ich auch nicht keine scheiße wie mache ich das wie mache ich das jetzt das ist doch echt Mist relativ einfach das ist und ich werde das ist ich das ist glaube ich ich Theoretisch, ganz ehrlich Ich baue mir nochmal so einen Floß und packe da vorne hin, dann muss ich springen Wenn ich da natürlich reinfalle, sind die Baumstämme weg Nein, jetzt fehlen mir ernsthaft Vier Seile, wie viel habe ich denn hiervon? Okay, 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 okay Ja, mal gucken, ob das jetzt, was ich hier machen möchte, funktioniert Es wäre mehr wie cool, würde mich sehr freuen, liebes Spiel Verdammt Ich meine, Zeit ist theoretisch rum Die Stunde, besser gesagt Ich dachte schon, wo ich gerade sagen, wo hinkippst du? Von wie weit Perfekt Okay Ich kann hier nicht speichern Nein Ich kann hier gar nicht speichern jetzt Scheiße Das ist jetzt gerade sehr ärgerlich Ähm Okay Okay Bis ich hier auch speichern kann, das dauert Das dauert noch sehr lange Das ist die ganz große Frage Bau, bau, bau Keine Ahnung Müß ich jetzt Tatsächlich Hä? Ich muss tatsächlich in Real Oh Gott, dafür aufstehen Gut Gucken, ob du jetzt Also ich muss Jetzt muss ich auch auf die Ausdauer achten Ne Ein Bötchen muss hier noch her Boah Aber an sich Ja Klappt So So lala Okay, ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal Ne Keine Ahnung Ne halbe Folge oder so aufnehmen Auf jeden Fall erstmal Vielen Dank fürs Zuschauen Abonnieren Ich gebe da noch um Schreibt dir in den Kommentar Wie das Video gefallen hat Tschüss Oh, ich habe mich ein paar Mal gedreht Hier im Zimmer Na ja gut